Was geht, meine lieben Freunde, in der heutige Episode haben wir ein geheimes Live-Fand mit OG-Youtubern gemacht. Lasst sehr gerne ein Like da, ein Abo, würde mich sehr freuen. Okay, wenn ihr Glockerfreunde, rollt ihr 100k und schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das fandet, Leute. Jetzt viel Spaß mit diesem Video. Team Rot, Team Rot, Team Rot. Warte mal, was ist unsere Flagge, die wir beschützen müssen? Das hier, dieser Block hier. Okay, das müssen wir erstmal einbauen am besten, ne? Ja, am besten mit Eisengitter. Ich mache auf jeden Fall drumherum so eine Cobblestone Region Wall, würde ich machen, Reiny. Also mit Wasser. Oh, mit Darker Coal, starker Coal. Mit Wasser und Lava. Ja, genau, ich brauche wirklich ganz viel Lava, ich brauche ganz, ganz viel Lava. Ich würde sagen, wir werden uns auch einteilen in ein Attack-Team und Verteidigungsteam. Safe, das ist eine gute Idee. Das Ding ist, wir können auch ausspionieren gehen, haben die gesagt, aber wir könnten bestraft werden. Tridan, Esju und ich machen Attack-Team. Okay. Und Beule, Reiny und Lel Snoopy ist das Staff-Team. Ey, das Ding ist, die können auch von unten kommen, ne? Viele bulliden sich auch immer von unten rein. Das heißt, wir sollten auch unten alles zumachen. Unten soll Lava hin, Leute, das wäre am krassendsten. Guter Call von Esju. Echt auch nochmal wichtig. Sehr guter Call von Esju. Okay, let's go, let's go, Leute. Wir müssen das Ding gewinnen. Wann darf man denn angreifen, weil wir rennen gerade fünf Leute hinterher. Wir werden, wir werden Dings. Ey, die dürfen dich angreifen, aber das Ding ist, wenn die dich hitten, dann bekommst du eine Strafe halt. Aber das richtige Spiel geht erst los, wenn die Zeit vorbei ist. Ich glaube, 30 oder 40 Minuten ist Aufbaufase. Für die Aufbaufase habt ihr noch ungefähr 25 Minuten. Hä, nur 25 Minuten? Ich dachte, länger. Nein, von jetzt noch 25. Hä, WTF? Ey, ne, ich krieg das so schnell nicht hin, wie ich das haben wollte, Jungs. Ich muss irgendwas anderes machen. Ich mach dann einfach eine Seite voll mit Lava. Leute, was kann man sich für ein geiles Item, mit was kann man sich Vorteil verschaffen, was man sich so erfahren kann, ganz schnell. Ich hab die Idee, Leute. Ich hab die Idee, ich hab die Idee. Ihr habt mir aber alle erzählt, wo das Endportal ist. Wo war das doch mal? Wo war das, Leute? Das Endportal. Irgendwelche Leute wussten das immer. Was hast du vor? Ich will ins End. Ins End willst du? Ja, ich bin gerade unterwegs dahin. Ich will mir Chorusfrüchte holen, damit ich mir rein-tippen kann bei denen. Oh mein Gott, ist das schlau. Oh mein Gott, das ist wirklich ein stronger Call. Das ist wirklich ein stronger Call. Ey, wenn da keine Luft ist, dann kannst du so viel um-tippen, wie du möchtest. Ja, aber vielleicht ist da Luft. Vielleicht ist da Luft. Das ist echt gamble. Bro, ich sag dir ehrlich, ich hab keine Ahnung. Riskiere da jetzt auch nichts auf komplett random irgendwie. Ja, wenn was ist, kann ich mich ja töten einfach. Ich hab ja nichts dabei. Ja, kill dich und baue lieber hier mit Sand oder so weiter. Okay, ich töte mich. Ich töte mich. Das beginnt, das beginnt, das beginnt. Oh mein Gott, das beginnt, das beginnt. Wir starten im Inneren, Leute. Wir starten im Inneren. Ich hab halt voll... Irgendwie einen Ausgang, wir brauchen irgendeinen Ausgang. Hä? Der Timer ist aber auch stuck. Bei mir nicht. Bei mir wäre er auf fünf stuck. See you? Ja, Bro. Ey, Ryan, wie komm ich rein? Hier, 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 hier. Ich hab jetzt einen Eingang gemacht, Leute. Stark. Warte, warte. Ich bin jetzt grad nochmal im Nether ein bisschen Enderparen fahren, Jungs. Es könnte sein, dass wir uns jetzt direkt angreifen. Ja, ich komm zurück, ich komm zurück. Ja, wir kommen jetzt zurück. Ich bin tot. Ich bin stuck. Du bist tot. Giltig. Ich hab mich selbst georbi-lockt. Nice. Ich hab die ganzen Dings verloren, die ganzen Lava-Bucke. Ey, hier ist einer. Ryan, wo ist der Eingang? Ah, das ist Max, okay. Okay, Jungs, die kommen, die kommen, die kommen. Die Böden sind nicht da runter. Nein, 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 nein. Ehrlich jetzt? Okay, ich komm zurück, ich komm zurück, ich komm zurück. Jungs, nicht ab. Das war ich, das war ich wahrscheinlich. Das war ich wahrscheinlich. Hier, hier in diesem Loch sind drin. Bist du sicher, dass du jemanden gesehen hast? Ja, auf jeden Fall. Die haben sich hier runtergegraben. Team Blau. Als ob die Heels schon sind. Nein, die haben einen blauen Kopf. Okay, okay. Ich hände ab, auch nicht. Ich hab mich genau da runtergegraben. Bei mir, bei mir, bei mir ist Lukas, bei mir ist Lukas. Bei mir ist Lukas. Wo bist du? Unten, 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 unten. Alle zur Base zurück, alle zur Base zurück, Jungs. Ich bin nicht bei Waukratus. Lukas, jetzt schon mal angriffen. Ja, okay. Du siehst deinen Namen, du siehst deinen Namen. Er baut sich hoch, er baut sich unter unserer Base hoch. Hinter, 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 hinter. Er baut sich unter unserer Base hoch. Darf der, er ist bei mir, ist bei mir, ist bei mir, ist bei mir. Töten, töten, töten. Er baut sich unter unserer Base hoch. Beile hoch, Beile hoch, Beile hoch. Äh, die sind bei mir, die sind bei mir. Besser denn alles. Ich bin tot, ich bin tot. Die sind ganz oben auf dem Dach. Auf unserem Dach. Ja, auf unserem Dach. Hä, warum sagt ihr nichts? Ihr redet so richtig locker. Die sind hier oben auf unserem Dach. Wir haben sich vorgebreitet, sie sind vorher schon hier hingepusht. Schnell Jungs, raus. Bei mir ist Pischler, bei mir ist Pischler, bei mir ist Pischler. Pischler, auf Pischler, auf Pischler. Wir sind alle, Jungs, wir sind schon bei uns, ich schätze nicht. Die sind alle hier, sie sind schon drin, die sind schon drin einfach. Ah, Pischler, Herr Pischler ist weg. Er hat sich teleportiert, er hat sich teleportiert hinter dir. Ja Jungs, geh mal, ich töte Pischler, geh auf die anderen, geh auf die anderen, geh auf die anderen. Lukas hat die Flagge aufgehoben. Wie? Ja, tötet ihr ihn, tötet ihr ihn, einfach töten. Ich hab Pischler, 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 Pischler. Habt ihr Lukas gefunden? Bro, kill dich vielleicht, wenn du keine Items hast, kill dich. Nein, 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 nein. Alles gut, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Lukas ist weg, Leute. Ja, dann hat Lukas, ja, dann hat er Pelle geworfen. Ja, ich glaub, die haben einfach zehn Enderperlen geworfen. Ich verstehe halt nicht, wie die so schnell reingekommen sind. Ja, ich verstehe auch nicht, keine Ahnung. Nein. Okay, Jungs, aber die haben unsere Flagge nicht zerstört, oder? Ja, doch, die haben die, die Lukas hat sie. Abhalten, die da rein zu bringen. Ja, aber das Problem ist, er hat viel zu viel Vorsprung, Bro. Wir können ihn nicht einholen. Lukas buddelt sich zum Mädchen statt. Lukas buddelt sich zum Mädchen statt. Ja, dann ist er da, dann ist er dahinter. Ja, okay, okay, geht's hin, geht's hin. Ich gehe Richtung deren Base, kann ich einen Weg abkürzen? Ja, ja, das wäre nice, das wäre nice. Wollte, ich bin bei deren Base. Ich bin auch bei deren Base. Ich bin auch bei deren Base. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da unter. Vielleicht kannst du so lange einen Punkt holen, Bro. Die sind gerade fokussiert, Lukas zu beschützen. Ich bin bei deren Base, oder? Zwei Leute sind bei deren Base. Zwei Leute sind auch in der Base von denen. Ich bin so schlecht. Wer ist gerade alleine in der Base von denen? Du bist gerade von zwei Leuten angegriffen. Ich bin tot, glaube ich. Jungs, ich lege gerade alles auf mich. Vielleicht könnt ihr irgendwie reinkommen. Ja, ich versuche gerade reinzukommen, aber die sind zehn Leute. Ja, aber die sind gerade auf mich fokussed, Bro. Fünf Leute greifen mich an. Bro, das ist tot, das ist tot. Ich bin fast tot. Es bringt doch aber jetzt gar nichts, die Base von denen anzugreifen. Ja, wir können doch deren Flagge holen. Oder können die deren Flagge nicht safen? Oder nicht? Ich bin tot. Nein, Bro, also das war lost, Digga. Nein, wir müssen aber irgendwas machen. Besser ist nichts zu machen. Ich check's nicht. Ja, aber doch. Wir können doch versuchen, Lukas zu holen. Ja, wo ist der denn? Nein, das läuft. Jetzt werde ich auch noch gekleppt, Leute. Genau deswegen wollte ich da hingehen, um ihn aufzuhalten. Wir machen aber auch ein Müll-Teamplay gerade, Alter. Ja, stimmt. Leute, wir müssen zusammenspielen. Ja, weil jeder irgendwo andersrum läuft. Ich sage, lass zusammen Paul Berger-Hilz treffen, da reinrennen. Jeder ist woanders. Ey, Lukas von unserer Base, Jungs. Lukas von unserer Base, pass auf. Ja, einer da hinten bei uns. Blauer, blauer Kopf da aus. Ich komme von hinten, ich komme von hinten, ich komme von hinten. Ja, okay, lass ihn abfangen. Er ist nicht bei mir, er ist nicht bei mir. Okay, okay, stark, 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 stark. Ich komme, ich komme. Aber das könnte auch ein Ablenkungsmanöver sein, ne? Ja. Ich falle gegen ihn, falle gegen ihn, falle gegen ihn, falle gegen ihn, falle gegen ihn. Ich bleib bei der Base. Ja, Max, bleib da. Bote Flagge ist noch da. Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Robi hat ein Verbrennungsschwert. Nein, hat er nicht, hat er nicht. Nein, hat er nicht. S1, hab ihn, hab ihn, hab ihn, er hat keine Perl mehr, er hat keine Perl mehr, er hat keine Perl mehr. Stark, stark. Ich bin direkt unter der Flagge von denen. Ich auch, ich bin 1 zu 1, komm ganz runter, 1 zu 1, komm. Alphastöck ins Suto uns, Alphastöck ins Suto uns. Er geht mit Boot, er geht mit Boot. Ich gehe rein in die Base, ich gehe rein in die Base. Wie kämpfst du? Flage geht's gut. Mach zu unter dir, mach zu unter dir, mach zu unter dir. Achso, warte, Beule, du greifst auch an? Ich töte, ich töte Simi. Nee, nee, ich kämpfe gerade gegen Alphastöck. Ich töte, ich töte Simi, ich töte Simi, ich töte Simi, ich töte Simi, ich töte Simi. Aha. Achso, scheiße, Mann, hätt ich... Timi low, Timi low, Timi low, Timi low. Er kommt zur Base, er kommt zur Base, er kommt zur Base. Timi dead, Timi dead. Von wo? Kempf du, ging ich hoch, ich hoch, ich hoch. Von da, wo ich bin. Ah, und jetzt schießt er im Inbowen, ach, das ist nicht toll. Ja, lass auf den zu dritt gehen, 3-Win-1. Nein, er, Lukas, guck auf, bleib da. Max, bleib, wo du bist. Ah, okay, okay, dann bleib ich bei der Base. Jungs, ich bin wieder da, die haben mich bekommen. Ey, jemand ist in unserer Base. Ich hab die Flagge, ich hab die Flagge, ich hab die Flagge, ich hab die Flagge, komm. Hast du die Flagge? Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Okay, wo bin ich jetzt bei der Base unten? Äh, Lukas ist unter unserer Base, Lukas ist unter unserer Base. Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Bro, ich muss mich nicht warten. Nein, ich bin tot, ich kann die nicht rausholen, ich kann nicht, auch Karl nicht verlässt. Ach, Bro. Wo, wo, Reining? Jungs, ich hab die Flagge, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Ich hab die Flagge, ich hab die Flagge, ich hab die Flagge, ich hab die Flagge. Er war hier, er war hier, er war hier. Stark, stark, stark. Okay, das heißt, er ist irgendwo geduppt gerade. Ey, pass auf Alpha-Shetch, auf alle sind jetzt drin. Alpha-Shetch, ich mach mal Mühe jetzt. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Nice, nice, nice. Jungs, ich renne gerade komplett weit weg. Weiter so, weiter so. Tridan wird gleich einen Punkt machen, oder was? Ja, aber wir müssen Lukas aufhalten. Tridan, wo bist du, wo bist du? Ich komm zu dir. Ich hab mir ein Boot gecraftet, ich hab mir ein Boot gecraftet. Warte, warte, warte. Okay, das schaffst du dann easy. Das schaffst du dann easy. Äh, Tridansch, Verfolg mich, Tridansch, Verfolg mich, Tridansch, Verfolg mich. Wir müssen Lukas gehen, wir müssen Lukas gehen. Tridan, von wo kommst du das? Von Sioux Base, Sioux Base. Mit Boot, mit Boot. Ja, ja, warte, ich muss ja kurz weg. Oh, bitte, bitte. Snoopy hat's ihn gesehen, wir müssen Lukas aufhalten. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Du bei der Base. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich geh zu unserer Flagge, damit er die nicht... Er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei der Rotflagge. Er ist bei der Rotflagge. Sehr gut, sehr gut, Tridansch, GGs, GGs, GGs. Wo soll ich jetzt? Hier, 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 hier. Der Verrechtshilfe. Ich werde darum gehen, aber alles gut, komm. Hab ihn auf ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, 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 nein. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Kommst von unten, oder? Ja, 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 ich komm von unten. Du machst das, du machst das, du machst das. Sehr geil, Mann, wichtig. Geil, Mann, Jungs, genau. Wieder ein wichtigster Mann. Schon auf dem Weg safe. Ja, 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 jetzt nur noch verteidigen. Okay, ja, protecten, protecten, protecten. Direkt verteidigen. Ich sterbe, ich sterbe, Leute, ich will. Alles gut, geh dich ruhig. Ich war oben noch mal alles zu. Tridansch ist unser stärkster Mann, Leute. Ja, Tridansch. Geil, Mann, Jungs. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was muss ich machen? Muss ich irgendwas drücken, oder so? Ich hab keine Ahnung. Aber wir haben Punkt, wir haben Punkt, wir haben Punkt. Ja, ja, nice, 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 nice. Let's go, man. GGs. Ihr braucht Hilfe, ihr müsst zurückkommen, ihr müsst zurückkommen. Alle zurückkommen? Soll ich zurückkommen? Nicht alle, aber zwei, drei auf jeden Fall. Ja, ich komm schon. Ich dachte, es sind vier grad bei unserer Base. Sonst würde ich nicht abhauen. Ja, ihr müsst zurückkommen. Also die, die die grad Alpha-Sternchen verfolgen, scheiß auf ihn, kommt zurück. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Einfach, ihr seht meinen Namen, ihr seht meinen Namen, ihr seht meinen Namen. Zieht Taschen bei mir. Lukas auch, beide, 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 beide. Jungs, einfach zu mir runterjobben, einfach zu mir runterjobben. Einfach zu mir runterjobben. Zieht Taschen ab und Luka und... Jungs, Luka... Schnell Leute, schnell Leute, schnell Leute. Bei mir beide, ihr müsst auch zu mir kommen. Einfach rein, einfach rein. Einfach rein, wir verlieren eh nix. Einfach rein, bitte. Das Ding ist Alpha-Sternchen kommt auch, Alpha-Sternchen kommt jetzt auch. Das heißt, ein Tashi ist noch gerade am... Ich bin alleine gegen zwei gerade, wo seid ihr, wo seid ihr? Ich dachte, vier Leute sind gerade dort. Die Tashi nicht. Die Tashi nicht. Ich versteh's nicht. Doch, beide bei mir. Ich hab doch gesagt, dreimal. Ich hab's dreimal gesagt. Ich weiß, aber dann, Sie meinte gerade, die Tashi ist hier auch. Ich hab extra gerade... Ne, weil ihr gesagt habt, drei Leute sind hier. Ich hab doch fünfmal gesagt, drei bei mir. Aber die Tashi ist bei uns. Ja, okay, darum geht's da gerade gar nicht. Kommt einfach zur Flagge. Es geht ja darum, dass ich gefragt habe, sind jetzt vier Leute bei unserer Base? Dann würde ich jetzt einen Angriff machen. Drei sind die da drin. Ich meine unsere Leute. Ihr seid mal ruhig. Beide bei mir. Ihr seht meine Namen. Kommt einfach runter und tötet die Mann. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Ich bin noch auf dem Weg. Ich fall noch nicht runter. Snoopy und Max, wo seid ihr? Ich bin gerade bei der Base. Die haben so viel Damage-Way. Das meine ich, warum redet keiner? Ich hab doch extra gefragt. Ihr habt gesagt ja. Ja, aber man hat dich nicht verstanden. Chill doch. Nein, die haben die Flagge. Die haben die Flagge. Nein. Die sind genau... Warte, ich bin jetzt eh da. Das heißt, die können die... Jetzt ist der Alpha-Stein auch noch hier. Ja, er hat die Flagge. Jetzt ist der Alpha-Stein auch noch hier. Ja, hab ich doch gesagt. Ich weiß ja nicht, wie oft ich das sagen muss. Einer verbrennt die ganze Zeit. Wer ist das? Das bin ich. Ja, dann werden die jetzt rauskommen. Bei mir ist der Alpha-Stein tot. Er rennt Richtung Mitte Stadt. Er brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Ich probier's zu töten. Bitte alle, die bei mir sind. Einfach bitte jetzt zu mir kommen. Ich versuch, ich versuch. Jungs, ihr müsst reden. Hallo, warum redet keiner? Ja, ey, ich bin hier. Ich bin grad bei dir im Base. Ich hab ja gesagt, ich mach jetzt alles, weil ich davon ausgegangen bin, dass vier Leute bei uns... Ja, brav, ich bin auch bei dir. Dead, 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 dead. Danke, Jungs. Endlich mal, endlich mal ein bisschen hier. Hä, warte, ist die Flagge... Ist die Flagge jetzt verbrannt? Ich weiß es nicht. Nein. Rote Flagge wurde fallen gelassen. Ja, ja, aber die ist halt in der Lava fallen gelassen. Oh mein Gott, die Flagge. Oh mein Gott. Okay, rote Flagge wurde gerettet. Ah, jetzt, okay, okay. Jetzt wurde gerettet. Jetzt wurde gerettet. Ey, er hat die Flagge aufgekommen. Jungs, Lukas da, Lukas da, Lukas da. Wie? Warum hat der die Flagge aufheben können? Wo ist die? Weil wir die nicht gesehen haben. Die war für uns schlecht. Such den, such den, such den, such den, such den, such den. Direkt bei mir, direkt bei mir. Bei mir, direkt bei mir, direkt bei mir. Bei mir, direkt bei mir. Beule, Beule, hier, Beule. Jungs, ich töte Beule. Ich töte Beule. Ich töte Beule. Erst die Flagge. Jungs, wie geht das? Ach, da geht sie. Ich bin da, ich bin bei ihm. Ich bin bei ihm, ich bin bei ihm. Hä, wie viel hält der denn aus? Ich geh hoch, ich geh hoch, ich geh hoch. Ich bekomm sofort rein, in unserem Ding drin. Strong. Strong, Bro. Wirklich gut, Mann. Wir haben Lukas besiegt in seine eigene Base. Ja, aber die Alpha-Steinchen haben unsere Flagge. Das ist sehr schlecht. Das ist gar nicht gut. Alpha-Steinchen ist hier. Alpha, ja, die haben einen Punkt. Die haben einen Punkt. Ich muss ihn angreifen. Ey, Leute, wie macht ihr das, dass ihr irgendwas seht, auch wenn ein Shader aussieht. Ich seh nichts, wenn ich ein Sword rumkomme. Ich seh auch nicht, ich seh auch nicht. Es lagged. Es lagged. Oh mein Gott. Du lagged. Ich lagged. Ich lagged. Der Server lagged. Der Server lagged. Oh. Ja, ich weiß. Oh mein Gott. Ich bin wieder drauf, bin wieder drauf. Hä? Wir haben gewonnen, ne? Das Spiel ist zu Ende. Was war das gerade? Hä, was war das? Wir haben noch 5 Minuten, Leute. Ey. Wir haben anscheinend gewonnen, Jungs. Alter, was war's mit dem Server aber gerade? GG's. Ey, Leute, das war einfach ein richtig geiles Event. Lasst mir sehr gerne ein Like und Aper. Ich würde mich sehr freuen. Haut rein. Grüß euch Herzen und ciao.